Was ist eigentlich Buße? Fünf Punkte, die du wissen solltest. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um eine Begriffsklärung. Es gibt ein paar Begriffe in der Bibel, die sind gleichzeitig wichtig und ein wenig mysteriös. Begriffe, bei denen man weiß, dass man sich mal mehr mit ihnen beschäftigen müsste, aber gleichzeitig weiß man nicht, wie man sich ihnen nähern soll. So ein Begriff ist Buße. Jeder Christ weiß, dass Buße wichtig ist, aber nicht jeder Christ kann den Begriff gut erklären. Deshalb dachte ich mir, es wäre vielleicht hilfreich, diesem Begriff Buße eine Woche Podcast-Aufmerksamkeit zu widmen. Also, was ist Buße? Darum soll es heute gehen. Zuerst einmal ist Buße etwas, das man tun soll. Also egal, was sich letztendlich hinter dem Begriff versteckt, Buße soll getan werden. Johannes der Täufer predigt Matthäus Kapitel 3, Vers 2, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und als Johannes eingesperrt wird, fängt Jesus an, was zu predigen? Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße. Denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und er schickt seine Jünger los, um dasselbe zu predigen. Markus Kapitel 6, Vers 12. Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Buße ist also etwas, was man tun soll. Und demzufolge, weil Gott nichts von uns fordert, was uns unmöglich ist, auch tun kann. So nun ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir Buße hören, denken wir an Bußgeld. Ich bin vor kurzem nach einer Predigt in einer Brandenburger Gemeinde mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor Henningsdorf in eine Baustellen-30er-Zone hineingefahren und ich habe das Blitzen nur noch aus dem Augenwinkel gesehen. Ich warte also gerade auf ein Anschreiben mit einem Bußgeld. So nennt man eine Strafe, die man für zu schnelles Fahren zahlt. Wir verbinden in unserem Denken deshalb Buße mit Strafe. Und die Kirche ist an dieser Entwicklung nicht unschuldig. Leider gibt es nämlich in der Kirchengeschichte die Idee der Kirchenbuße. Dahinter steckt die Idee, dass Sündenvergebung mehr braucht als ein Bekenntnis. Dass es nicht reicht, dass ich täglich meine Sünden Gott bekenne und dadurch Vergebung erfahre. So wie der Apostel Johannes das eigentlich formuliert. 1. Johannes Kapitel 1 Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also im Lauf der Zeit kam die Idee auf, dass Vergebung von Sünden, auf alle Fälle von schweren Sünden, im Sakrament der Buße geschieht. Durch einen Beichtvater, der einerseits mein Sündenbekenntnis hört und andererseits, und jetzt kommt es, eine Buße auferlegt. Eine Buße auferlegen, das ist die problematische Formulierung. Buße wird damit zu einer Bestrafung. Das steckt aber dann auch in unserem Kopf, wenn wir das erste Mal hören, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Ich erinnere nur an das Bußgeld. Was man bei geistlichen Themen immer bedenken sollte, ist dies. Habe ich ein klares Verständnis von den Begriffen, die ich benutze. Und auch wenn das nicht nett klingt, wenn es um Begriffsdefinitionen geht, ist die Kirchengeschichte nicht dein Freund. Ich kann dir nur immer und immer wieder raten, lies erst die Bibel. Und dann schau dir an, was Menschen daraus gemacht haben. Es ist nämlich so, der biblische Begriff Buße hat nichts mit Bestrafung zu tun. Es geht überhaupt nicht, nicht einmal im Ansatz darum, jemandem eine Strafe aufzuerlegen. Wer also unter Buße tun etwas versteht wie, wer also unter Buße tun etwas versteht wie, das Vaterunser beten oder einen Monat auf Alkohol verzichten oder regelmäßig die Messe besuchen, der hat den Begriff nicht im biblischen Sinn verstanden. Was bedeutet der Begriff Buße in der Bibel? Buße ist zuerst einmal ein Herzensentschluss. Tut Buße, das bedeutet, dass ich in meinem Herzen tief in mir drin, da wo ich die Entscheidungen treffe, die von Bedeutung sind, dass ich in meinem Herzen zu Gott umkehre. Buße, das griechische Wort dazu lautet metanoia und bedeutet genau das. Umkehr. Stell dir vor, du fährst auf der Autobahn, es ist schon dunkel und während du links überholst, siehst du rechts die Ausfahrt, die du hättest rausfahren sollen. Vorbeigefahren. Was tust du? Du kannst geradeaus fahren und hoffen, dass du schon irgendwann mal wieder zufällig bei der richtigen Ausfahrt vorbeikommst. Oder du tust Buße. Du triffst die Entscheidung umzukehren. Nächste Ausfahrt raus und zurückfahren. Das ist Buße. Nur eben nicht im Blick auf eine Autofahrt, sondern im Blick auf ein Leben. Buße beschreibt die komplette Änderung meines Denkens und meiner Lebensausrichtung. Ich sag das nochmal. Buße beschreibt die komplette Änderung meines Denkens und meiner Lebensausrichtung. Buße tun heißt, ich kehre komplett zu Gott um. 180 Grad Wendung. Vorher war ich mein eigener Gott, habe das gemacht, was mir Spaß gemacht hat oder was ich für richtig hielt. Jetzt ist damit Schluss. Buße tun heißt, ich treffe eine Entscheidung. Die Entscheidung, ich lebe jetzt für Gott. Oder mit Gottes eigenen Worten aus Jesaja 55, Vers 7. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Umkehr. Das ist Buße. Bitte vergesst das nicht. Eine Bußübung kann jeder selbstgerechte Heide praktizieren. Buße im biblischen Sinn ist nur etwas für die, die am Ende sind. So wie Manasse, der böse jüdische König, der sich in der assyrischen Gefangenschaft bekehrt, Buße tut. In einer christlichen Liedersammlung aus dem zweiten Jahrhundert wird dieser Moment so beschrieben. Oden Salomos Kapitel 12, die Verse 12 und 13. Ich habe gesündigt, Herr, ich habe gesündigt und meine Gesetzwidrigkeiten erkenne ich an. Ich bitte dich flehendlich. Vergib mir, Herr, vergib mir, bring mich nicht ins Verderben, zugleich mit meinen Gesetzwidrigkeiten. Und belasse mir nicht auf ewig grollend die schlimmen Taten und verurteile mich nicht, in den untersten Tiefen der Erde zu sein. Denn du, Herr, bist der Gott der Umkehrenden. Gott ist ein Gott der Umkehrenden, derer, die Buße tun, derer, die ihre eigene Verlorenheit anerkennen und die sich mit ihrem Herzen entschließen. Ich will mich zu Gott wenden. Ich will zu Gott umkehren, um von ihm gerettet zu werden. Das ist Buße. Was könntest du jetzt tun? Du könntest Jesaja 557 auswendig lernen, um die Definition von Buße nicht mehr zu vergessen. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Wenn dir die Episode gefallen hat, überlege doch, ob du sie vielleicht einem Freund weiterleiten willst. Du kannst sie direkt aus Spotify oder Apple Podcasts teilen. Wenn du im Hintergrund Vogelgezwitscher gehört hast, ja, das waren die vorlauten Spatzen vor meinem Fenster. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.